Ahoi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rise of Minecraft. Nachdem wir am gestrigen Tage einen kleinen Ausflug in die Welt von Peters Minecraft Rise gemacht haben, werden wir heute hier bei Rise of Minecraft weitermachen. Wir waren ja angefangen, indem wir hier die Levelmaschine gebaut haben und diesen Raum quasi angefangen haben, waren wir ein wenig angefangen, das ganze Gegröße in dieser oberen Etage hier ein wenig zu entschlacken und genau da werden wir heute weitermachen. Und jetzt muss ich mal schauen, da muss ich mir ein paar Notizen machen, denn ich bin gut vorbereitet. Wir brauchen Lead von Dermal Foundation. Wir werden nämlich, ihr habt es schon erkannt, die Unifier nach unten setzen. Sulfo von Mechanism. Dann brauchen wir noch neun weitere Dinge. Was schmeißt du immer da rein? Copper Ore, weiß ich gar nicht, ob ich die ganzen Ores überhaupt einsortieren soll oder ob ich die erstmal rauslasse. Habe ich im Moment sowieso nicht. Ich mache mal erst nur die Ingots. Copper von Mechanism. Wir machen Yellow Read. Wir machen Nita brauchen wir eigentlich nicht. Nita brauchen wir nicht. Sulfo von Thermal Foundation macht auch keinen Sinn, denn wir haben hier Sulfo Dust von Mechanism. Dann brauchen wir Tin von Mechanism und Silver von Thermal Foundation. Ja, das war's. Alles klar. Wir bauen das Ganze ab. Und Moment, zuerst machen wir, weil es sich so oft gewünscht wurde, machen wir von mir aus gerne den Stuff of Traveling, den ich dann in feiner Regelmäßigkeit vergessen kann. Und dann habt ihr die Gelegenheit, mich in den Kommentaren daran zu erinnern. Alloy. Wir brauchen davon Nugets. Also. Ein Vibrant Crystal. Ende. Nö. Soul. Ja. Von denen habe ich in letzter Zeit einige gemacht beim Peter. Für Soulbound Bücher. Und die hier müssen wir von der Steuerung her auch mal weiter bauen. Wo ist denn... Ein Endermann bräuchte ich. Ja, wenn ich die Blazers da drin habe, sollte ich vielleicht einen Deckel auf die ganze Maschine bauen. Aber das später. So. Wir fliegen nach innen. Und eine Etage nach unten. Und in dem Soulbinder machen wir aus diesem, diesem und diesem. Eine Empty Soul-Val und den Ender Crystal. Und damit können wir ganz easy den Stuff of Travelling craften. Und den ganzen Kram hier wieder loswerden. Der scheint schon aufgeladen zu sein. Und dann kann ich immer, egal wo ich bin, nach innen oder außen traveln. Ich weiß gar nicht, was der für eine Range hat. Steht das? Irgendwo? Wir bleiben jetzt aber drin. Und machen hier unten einen weiteren Raum. Dafür brauchen wir wieder Laboratory Blocks. Und... Wir haben nicht so viele, ne? Kann ich die nicht craften? Jetzt werde ich aber schwach. Moment. Äh, da... Innen. So. Das nicht. Wir brauchen dieses Terminal und wollen... Laboratory Blocks craften. Diese. Zack, so. Nein. Das Pattern mal ganz geschwind wieder löschen. Und hier reinlegen. Laboratory Block. Und rein damit in einen Molecular Assembler. Dann können wir nämlich folgendes machen. Tausend davon craften lassen. Und das einigermaßen schnell. Gut, wir schizzeln erstmal ein Stack davon. Und... Und... Regnet das schon wieder? Das sind schon wieder die Emeralds alle. 1, 2, 3. Und machen... Dieses Fenster hier frisch. Da könnte ich auch eigentlich... Diesen Kollegen hier benutzen. Zack. Und zack. Und hier... Auch. Wir haben jetzt Rot genommen, ne? Rot geht dort oben entlang. ME-Dense-Kabel. Und das hier haben wir. Ist auch Rot. Okay, wir brauchen schließlich ME-Kabel. Dann machen wir mal... Conduit. ME-Konduit reicht. Wir machen... Conduit-Fassade. Laboratory Block. Dann brauchen wir... Cable. Dance-Kabel. Und... Haben wir noch Smart? Jawohl. Dann brauchen wir Busse. Export. Und Import. Und das rote Kabel mal hier oben entlang. Das läuft sogar wunderbar mittig. Dann holen wir das hier ab. Läuft sogar nicht wunderbar mittig. So ein Mist. Und ich habe ganz viele Löcher gemacht. Macht nichts. Glaube ich. Hier ist die Mitte. Das ist falsch. Das war ein kurzes Vergnügen. Ich kam nicht mal dazu Hallo zu sagen. Oh. Vielleicht machen wir hier mal zu. Es ist ja jetzt schon ein paar Tage her, dass ich diese Levelmaschine gebaut habe. Auch wenn sie erst vor kurzem auf dem Kanal zu sehen war. Deswegen interessiert mich mal spontan, wie viele Essence Berry... Dinger, Essence Berries noch im System sind. Essence... Eins. Cool. Ja, dann haben wir wieder eine... Eine Deep Storage Unit frei. Das können wir gleich mal... In Angriff nehmen, dass wir die bestückt bekommen. Sollte kein Problem sein. Hier machen wir andere Laboratory Blocks hin. Und weil ich keine Lust habe, ins System zu gucken... Bauen wir uns die einfach schnell. Zack. Und diese bitteschön. So, so, so und so. Der Rest wird Glowstone. Dann kommen hier drauf die beiden Unifier. Und hier oben das Dense Kabel quer rüber. Warum ist da... Ah, deshalb. Macht nichts. Die Kabel können das Wasser auch festhalten. Und über kurz oder lang kann das da sowieso weg. Eigentlich jetzt schon. Aber wir haben was anderes vor. Wir nehmen die Fassade. Und machen das Ganze doch anders. Ich habe nie den richtigen Block. Nein, das brauche ich gleich. Schwere Entscheidung. So. Dann machen wir das hier. Und hier. Machen da die Decke. Dann können wir nämlich in die Mitte noch die Lampe setzen. Dann wechseln wir hier auf Smart Cable. Ziehen die hier runter. Dann haben wir hier Import Buses. Zack und zack. Und die Export Buses hier. Ich weiß, das ist ein wenig verschwenderisch mit den Kanälen. Aber wir lassen das jetzt erstmal so. Da kommen nämlich Capacitor Karten rein. Und hier genauso zwei Capacitor und Speed. So. Die Preferences kann ich ja schon mal einstellen. Das wäre einmal dieses. mal ein wenig ausmisten hier. Das kann weg. Dann dieses. Und das kann dann auch schon zur Seite. dann Copper. Da könnte ich eigentlich mal Copper. Einen halben Stack. Davon auch einen halben Stack. Und mal gucken, ob der Unifier mir vielleicht von Haus aus irgendwas anderes macht, sodass ich schon wieder was habe, was ich in den Input tun kann. Hier Lorium. Und haben wir vielleicht noch Uran. Genau. Dann Tin von Mechanism. Und Silber hatten wir gesagt. so, dann können wir erstmal uns diesen Unifier angucken und mal schauen. Perfekt. Okay. Das war dumm. Irgendwie vergesse ich immer das A. Das und das. Das kommt hier oben rein. Und das in den Bus. So was. Dann kommt das hier oben rein. Und das in den Bus. Dann kommt das war schlau. Das war schlau. Hier Lorium nämlich. Von dem wir leider nur 1,7 Millionen haben. so wenig. So wenig. Nein. Falsch. Das da rein. Und das hier rein. So einfach kann es sein. Dann Tin von Mechanism. kommt hier rein. Und Silver hier rein. So und jetzt müssen wir es immer mal wieder im Blick behalten. Mal schauen, ob er uns hier was anderes draus macht. Und hier auch. Silver. Ne, soweit nicht. Und Tin hat er uns auch soweit leider nichts anderes draus gemacht. Da müssen wir jetzt wirklich drauf achten. Immer mal wieder das System durchforsten. Ob irgendwas Neues beziehungsweise Falsches dazwischen gelandet ist. Damit wir sehen können, wo wir nachbessern müssen. Das Ganze wird jetzt noch recht hübsch verpackt. Nämlich so. Dann kommen hier noch Glowstone rein. Ich meine, da ist Glowstone drin. Da auf die Höhe kommt Glowstone. Glow. Haben wir denn davon noch was? Das sind die Fußböden. Das sind auch Fußböden. Ich glaube, das ist das, wonach ich suche. Perfekt. Fußböden hätte ich direkt mitnehmen können. Machen wir mal hier noch ein Löchlein, wo wir gerade den Glowstone in der Hand haben. ein Stück Fußboden aus Glowstone aus Glowstone 1, 2, 3, 4 und Enlighted Clear Glass. Perfekt. Wunderbar. Das Ganze kann verschlossen werden. Und wir haben eine weitere Maschine, beziehungsweise zwei weitere Maschinen hier unten untergebracht. Und so in etwa wird das jetzt weitergehen, dass wir die ganzen Kleinigkeiten da oben aus diesem unordentlichen Raum bekommen. Und dass wir hier vielleicht dann eine Art Wohnbereich oder ähnliches anlegen können. Das ist nämlich etwas, was wir bisher noch gar nicht haben. Glaube ich. Und vielleicht würde das Sinn machen, wenn wir sowas mal anfangen. Und natürlich größere Maschinen, größere wichtige Crafting-Geräte, sowas hier, automatische Stahlproduktion oder diese Teile hier, die werden natürlich weiter mit oben hin in den Todesstern ziehen. Nur weil der auch nicht unbegrenzt groß ist, muss man da natürlich drauf achten, was man damit hochnimmt und was eben nicht. Diese automatische Bäckerei auch natürlich nach oben, obwohl eventuell einzelne Bäckerei, ich bin mir noch nicht sicher, ihr könnt auch immer wieder natürlich, ich sag's immer wieder, gerne Vorschläge einreichen, was ihr glaubt, was ihr sagt, hey Mats, mach doch mal diese Maschine oder diese Maschine fehlt dir noch, damit kannst du so und so coole Sachen machen. Wie zum Beispiel den oft gewünschten und endlich eingetroffenen Stuff of Travelling, mit dem ich schon, wenn ich dran denke und wenn ich ihn in meinem Inventar habe, im Anflug nach innen rein zappen kann und ihr habt recht, natürlich ist das praktisch, nur habe ich ihn bisher nicht gebaut, ganz simpel, weil ich sowieso davon ausgehe, dass ich ihn vergesse. Irgendwann in einem Stream werden wir vielleicht auch mal hier noch mal dran rumschmücken. Das ist noch nicht ganz final, genauso wie hier unten und der steht natürlich in Kürze auch noch an, also wir haben noch einiges zu tun. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann dabei seid und würde für heute sagen, danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen da. Wenn nicht, schreibt mir Verbesserungsvorschläge, bis zum nächsten Mal. Tschüss.